Jo Leute und herzlich willkommen zum weiteren Video auf dem Kanal Sonics Aber es ist nicht irgendwie ein Video oder so, sondern mein erster Vlog Ja, der erste Vlog sollte ja eigentlich schon entweder Weihnachten rauskommen Und der Vlog-Camp, die ich jetzt bekommen habe, wo ich mich jetzt auch gerade aufnehme Habe ich halt bekommen, da musste ich mich auch noch ein bisschen mit beschäftigen Dann habe ich noch ein iPhone 6 bekommen, eigentlich ziemlich geil Hab noch eine Hülle bestellt Ey, ganz cool, muss ich sagen Hey, nur weiterhin fehlt Und, ja Ähm, heute nehme ich euch vielleicht nochmal mit nach Mediamarkt Da wollte ich mir noch was holen, wegen Geschenkekarten, ne Immer schon Was kaufen Und, ja, ich wollte heute eigentlich mit euch ein bisschen Langwand fahren Nur, ja, das werdet ihr einfach gleich sehen Jo Leute, ähm, da sind wir jetzt Und ich muss sagen, also, mega viel Schnee Deswegen geht das nicht und ich würde halt nicht so gerne mich jetzt filmen Ähm, aus Gründen, die ich, ja, eigentlich schon wissen könnte Ja, ähm, ja, hier kann ich schlecht Langwand fahren Alles Schnee Auch auf der Straße Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei Mediamarkt Ciao Jo, wir sind jetzt leider nicht in dem Mediamarkt Weil wir da nicht filmen dürfen Ähm, ich bin einfach eingegangen Ich konnte es halt nicht filmen Und dann hat mich da auf jeden Fall, er hat schon die Kamera gesehen, ne Dann hat er gesagt, nee, du darfst leider nicht filmen, tut mir leid Ähm, ich wusste halt jetzt auch nicht wieso Weil es eigentlich praktisch eine gute Werbung ist Aber okay Schieben wir es nach hinten Es tut mir auf jeden Fall leid Ähm, jetzt wollte ich noch sagen, dass, ähm Oder zeigen, was ich mir geholt habe Ich hab mir jetzt die hier geholt Die, das ist, ähm Die Razer Ach, ich schreib's einfach in die Beschreibung Ähm, die ist aber auf jeden Fall ziemlich geil Auch von Irgendwie Rieser Test Super, keine Ahnung Ist auf jeden Fall ziemlich cool Holt euch die, gönnt euch die Die ist richtig cool Die war auch irgendwie für 62 Euro im Angebot Eigentlich ganz cool Ähm Ja, dann wollte ich auch noch was sagen Dass ich jetzt ein neues Intro habe Das packe ich jetzt rein Ist auch ziemlich cool Hoffentlich gefällt es euch Und Ich wünsche euch auch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr Das hab ich am Anfang voll vergessen Und frohe Weihnachten Ja Ähm Hoffentlich habt ihr schön gefeiert Mit der Familie und so Wie ich auch Und Ja Gutes neues Jahr, ne In 2016 Ciao